Hallo, ich begrüße euch heute ganz herzlich hier vom Bilsterberg Driving Resort. Bilsterberg Driving Resort wurde 2011 eröffnet, eine herrliche Anlage in der Nähe von Bad Driburg gelegen. Und hier haben wir heute exklusiv die Möglichkeit, unser ProStreet Multi mal in verschiedensten Fahrzeugkonzepten und Fabrikaten zu testen. Weil Tested On gibt schon viel, aber wir wollen es wirklich fahren. Wir werden heute mal unsere Produkte, unsere ProStreet Multis hier auf der Rennstrecke testen, abstimmen und mal überprüfen, wie die so im Track-Modus funktionieren. Dazu habe ich mir eine ganze Reihe von prominenter Unterstützung eingeladen, weil wir wirklich auf professionelles Feedback heute raus sind. Ja, an meiner Seite begrüße ich Manni Wollgarten. Manni, grüß dich. Grüß dich. Schön, dass du unserer Einladung gefolgt bist und uns heute ein bisschen unterstützt. Manni verfügt nun mal auf 35 Jahre Erfahrung im Bereich Fahrwerksabstimmung, natürlich auch in Motorsport Erfahrung gesammelt und und uns. Ich glaube, die Firma Albach hat auch dein ganzes Berufsleben begleitet. Ja, okay, ich meine, man kann schon davon ausgehen, 35 Jahre habe ich mit der Firma Albach zusammengearbeitet und wir haben uns alle gegenseitig entwickelt und immer höher getrieben und das ganze Thema, immer das Niveau so aufgestockt, dass wir heute Führer am Markt sind. Und das ist dann eine gute Basis für weitere Projekte, die wir jetzt angehen wollen. Genau, diese Basis, die du ansprichst, ist uns halt sehr wichtig, weil dieses Basiswissen, da wollen wir auch gerne drauf aufbauen und da bauen auch unsere Produkte drauf auf. Ja, und somit haben wir verschiedenste Fahrzeuge halt, wie ich eben schon gesagt habe, für heute präpariert. Ja, nun, jetzt brauchen wir ja auch ein paar Mann, die die Autos bewegen, das können wir ja nicht heute den ganzen Tag alleine machen, Manni. Und dafür habe ich mir auch was einfallen lassen und da haben wir uns mal ein bisschen prominente Unterstützung eingeladen und die will ich dir jetzt mal vorstellen. Da bin ich ja auch mal gespannt. Hi, ich bin Benni Leuchter, bin Volkswagen-Werksfahrer und bin heute hier am Bielsterberg bei dem Eibach Fahrwerkstest. Ich habe mitgebracht einen Golf 7 GTI TCR mit dem neuen Fahrwerk von Eibach, nämlich dem Eibach Pro Street Multi. Auch dabei haben wir einen Scirocco aus dem Jahre 2011, wo ebenfalls das Eibach Pro Street Multi verbaut ist. Und da wollen wir uns heute mal anschauen, was die beiden Autos hier imstande sind zu leisten mit dem neuen Fahrwerk. Hi, ich bin der Calvin Pfannländer und heute sind wir am Bielsterberg mit einem schönen Audi TTS von unserem Partner DF Automotive. Ich bin Tim Schrick, ich teste gerne Autos, ich fahre auch ein bisschen Rennen. Ich bin heute hier zum Eibach Fahrwerkstest mit meinem Subaru BRZ. Ja, Stefan, Manni, ich freue mich sehr jetzt gleich mit meiner eigenen Edition endlich mal auf die Strecke zu gehen. Manni, was soll ich denn da gleich? Ja, generell wollen wir ja auch zu der Rennstrecke-Performance auch ein bisschen Straße-Befrenz haben. Da ist immer ganz wichtig, dass das Auto parallel ist, dass wir genug Rassfederweg haben, auch für schlechte Wegstrecke. Das sollten wir auf jeden Fall ein bisschen rausfälzern. Und wenn wir das alles erfüllen können, dann haben wir eine gute Sache immer. Genau, das müssen wir auch bedenken. Es ist ja kein reines Rennfahrwerk. Wir haben ja hier, sag ich mal, ein TÜV-konformes, leistungsverstellbares Gewindefahrwerk, was als Daily funktionieren soll. Aber gerade für sowas, wenn wir heute mal auf den Trecke gehen, wir können den ein bisschen härter drehen, parallel in Zug- und Druckstufe und dafür jetzt das perfekte Setup zu finden. Klar, da freue ich mich sehr drauf. Bin echt gespannt, wie der erste Schuss so gelingt. Wir haben ja hier auf dem Auto jetzt auch die Semi-Slicks. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Kombination, gerade hier für den Track-Kunden auch. Ich glaube, die meisten Leute, die auch mit so einem Golf-GTi-TCR auf die Rennstrecke gehen, die haben dann dieses Package, nämlich einen Semi-Slick mit einem großen 19-Zoll-Rad und dann dementsprechend ein härterverstellbares Fahrwerk, was natürlich ideal ist dann für Tage wie diese. Bis zum nächsten Mal. Also Tim, man sieht, querfahren geht auf jeden Fall. Was ist denn so dein erster Eindruck von deinen ersten zwei, drei Runden vom Fahrwerk? Guten Abend. Hallo Benni. Ist er endlich. Ist er endlich. Geh mal Brötchen holen. Was? Ja komm. Was du willst denn jetzt? Ihr sitzt hier seit einer Stunde rum in der Sonne. Wir haben auf dich gewacht. Ja du, man trödelst. Der Benni, der Benni. Ja. 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 Das Auto ist top, schön neutral alles, so wie es gehört. Hast du mal ein bisschen was verstellt? Nö. Also ich finde, mit dem was wir das letzte Mal aufgefahren haben, bin ich total zufrieden, weil das Auto wirklich damit, je nach Einleckgeschwindigkeit, kannst du bestimmen wie sehr der hinten mitlenkt. In jeder Position ist das Ding immer neutral und ich finde, ich habe jetzt keinen Sinn gesehen, nochmal dran zu spielen, weil das jetzt echt, finde ich, ziemlich gut wie ein Handschuh passt. Schön. Schön zu hören. Kelvin, bei dir im Audi, du bist ja das Produkt noch nie gefahren. Ja, ich war positiv überrascht, wie gut der Basis Setup war. Ja. Wir haben ja fast nichts geändert an dem Auto. Bisschen härter gestellt. Genau. Aber ich glaube, das ist ja auch abhängig vom Vorstil auch. Also jeder hat so sein eigenes Setting, was er so am besten mag. Aber vom Grund her war das eigentlich, hat es gepasst, ja. Ja, schön. Manni, gut, der Reifen gibt noch den Rest dazu. Ist auch jeder Hersteller, jedes Fabrikat ein bisschen anders, aber schön. Manni, ist bei dir noch was an Feedback angekommen oder bei dir erstmal, 3er BMW? Ja, okay. Beim 3er haben wir ja nun den Versuch gestartet, ein bisschen höher zu machen. Fand ich ihn schlechter, weil die Rückmeldung ein bisschen grob kam, sag ich jetzt mal. Und deswegen sind wir auf den alten Stand zurückgegangen und das ist eine saubere Geschichte. Ja, cool. Ja, wenn dann der Leuchter mal mit seinen Stullen wiederkommt, dann geht es uns wieder besser. Dann geht es uns besser und dann können wir zum Nachmittags-Session loslegen. Ja, ich glaube, da kommt er. So, der örtliche Lieferant ist nicht besser als du. Oh, schöne Blümchen, Mensch! Brötchen! Toll! Korrekt! Super! Danke dir! Na, wo war's? Na, wo war's? Danke schön! So! Du nimmst zwei! Ha 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 ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha 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 ha! Ich hab' schnell gefallen, sogar noch warm! Boah, ich hab' mich beeilt! Da war aber was los im Ort! Na gut! Haben die dich nicht eingesperrt, weil du mit dem Helm in den Laden reingegangen bist? Ne, ich hab' gesagt, mein Name ist ziemlich schräg. Manni, wie ist dein Fazit bis jetzt? Also, ich würd' sagen, du hast die meiste Arbeit geleistet, klar! Was? Was ist denn hier? Du sagst am besten aus! Ha ha ha! Von morgens bis abends wird man hier verarscht! Immer! Und immer wieder! Ne, war schon sehr positiv, würde ich sagen. Langer Tag, ne? Wir haben schon ein Ergebnis und darauf können wir aufbauen. Das werden wir nachher noch ein paar Sachen probieren. Und dann können wir beruhig und frisch nach Hause fahren. Sehr gut! Na, aus unserer Sicht ist es natürlich schön, so viel Feedback zu kriegen. Rein so viel detailliertes Feedback, was wir im Nachgang umsetzen, analysieren, umsetzen können. Und ich glaube, das werden unsere Endkunden hinterher schon merken, wie viel Energie wir in die ganze Setup-Arbeit reingesteckt habe, wie viel Input von euch mit da eingeschlossen ist. Also, der Aufriss hat sich auf jeden Fall mehr wie gelohnt. Also, bei der Fahrhöhe mit dem Auto jetzt, in dem Fall von dem BRZ oder GT86, mit dieser Fahrhöhe, mit dieser Tiefelegung, auch in der Hinterachse, war das bisher noch nie so, dass das Auto wirklich neutral bleibt. Sondern du hast immer eigentlich mehr Untersteuern bekommen. Und durch die Feinarbeit an den Dämpfern haben wir das hinbekommen. Das Auto hat serienmäßige Sturzwerte. Vorne fast keinen Sturz. Und du hast keine Untersteuern. Und das haben wir echt gut getroffen. Also, da bin ich echt froh. Es funktioniert auch bei verschiedenen Asphalt-Temperaturen gut. Da ist kein Wechsel drin. Es ist echt gut. Auch mit dem Golf, muss ich natürlich sagen. Ich bin überrascht. Wir haben ja serienmäßig das DCC-Fahrwerk, ein geregeltes Fahrwerk. Das ist generell ja immer so das Nonplusultra, weil du halt einfach verschiedene Zyklen darstellen kannst. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, auch wie das Auto hier in der Chicane über die Curbs funktioniert, ist richtig gut. Das Auto dreht schon ein an den Tags mit ausgeschaltetem ESC. Sehr kontrollierbar. Ist lastwechselreaktiv. Doch, ich glaube, war ein produktiver Tag. Mein Manni, ich denke, aus unserer Sicht war es auf jeden Fall ein sehr erfolgreicher Tag. Ich hoffe aus deiner Sicht auch. Ich hatte dich darum gebeten, das alles ein bisschen zu überwachen, überblicken. dass das nicht komplett aus dem Ruder läuft, aber ich glaube, die Jungs haben sich alle ganz gut angestellt. Es war ein perfekter Tag. Alle Komponenten haben funktioniert, vor allem auch die anderen Fahrzeuge. Die Fahrer haben gut mitgespielt, haben nachgedacht und letztendlich haben wir auch bei diesem Fahrzeug alle Versuche schön beenden können und sind auch mit dem Ergebnis, wo der Kunde sehr zufrieden sein kann. Das finde ich auch. Ich habe von jedem ein sehr gutes Feedback gekriegt. Wir haben viel an den Dämpfern, ein bisschen härter, ein bisschen weicher auf den jeweiligen Wunsch des Fahrers eingegangen. Aber einmal konnte so jeder sein persönliches Setup finden, aber auch wo jeder gesagt hat, von der Basis ist das schon super. Man kann ein bisschen hin und her stellen, dass es wirklich individuell auf deinen Reifen, auf deinen Fahrstil angefasst werden kann. Genau, ich meine, man kann immer noch ein bisschen spielen, wie man für Reifen fährt. Aber die Grundprämisse war ja heute, dass wir sagen, okay, das Auto ist sehr fahrsicher und nicht tricky. Und wir haben eine Basis geschaffen, die für jeden handelbar ist. Und das ist das wichtigste daran. Ich hatte ja das Glück, ich bin alle Autos mal gefahren, um mir selber einen Eindruck zu verschaffen. Und ich habe mich auch wirklich in jedem Auto auf Anhieb wohl gefühlt. Also das Auto hat sehr viel Feedback gegeben. Du hast einen super kontrollierbaren Grenzbereich. Sicher kann man es in die Wälder noch ein bisschen abstimmen. Aber man hat wirklich in jedem Auto das Gefühl gehabt, hier fühle ich mich sicher. Hier habe ich kein Aha-Erlebnis. Und das war das, wo es, sag ich mal, uns als Firma auch drum ging, dass wir wirklich die Anwenderfreundlichkeit sicherstellen und wirklich sagen, so, unsere Fahrwerke sind am Milsterberg getestet worden. Genau. Und das ist eine super Test-Arena hier und wir können happy sein und den Tag vernünftig abschließen. Gutes Stichwort. Ich bedanke mich wirklich vielmals bei dir. Das hat mir eine Menge Freude gebracht. Und ich würde mich freuen, wenn du uns noch mal unterstützen würdest in so einer Aktion. Gerne. Komm gut nach Hause. Danke Manni. Tschau, tschau. Ich bin großartig. Vielen Dank.